I.C.E. 699 München Hauptbahnhof. Es ist 6.95 Uhr. Fahren Sie diesen I.C.E. Richtung Ost nach München Hauptbahnhof mit Halt in München-Parsing. Wir fahren heute die Baureihe 403 455,9 Tonnen, 8 Wagen und 199,4 Meter lang auf der Strecke Augsburg-München. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Trainsimber 3. Der Danny spielt das. Wir beginnen und zwar werden wir als erstes mal die Türen entriegeln. Dann machen wir das Ganze wieder auf. Das machen wir auf ein. Machen wir auf normal. Dann werden wir aufstehen. Und zwar an den Schaltschrank gehen. Liefer ein, BZB ein und LZB ein. Schließen das Ganze wieder. Äh, setzen uns auf unseren Sitz. Nein. So, wir werden hier noch die Federspeichenbremse lösen. So. Äh, dann sind wir eigentlich abfahrbereit bis auf eine Sache, die fehlt mir noch. A-F-B. Genau. A-F-B. A-F-B. Die müssen wir nämlich auch noch bis auf 40 verlegen. So. Ne. Äh, erst mal. 40, genau. Sollen wir noch ein bisschen warten hier. Haben wir noch ein bisschen Zeit, uns hier draußen umzusehen. Und noch ein schöner Zug. Ich finde den einfach wunderschön. Muss ich ehrlich sagen. Traumhaft. Deutschlands schnellster Klimaschützer. So, wir sollen die Türen verriegeln. Was machen wir? Gucken wir uns das Ganze mal an. Wunderschön. So, dann haben wir 49 Kilometer bis München-Parsing. Das heißt, wir lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Oh, können wir uns derweil befreien. Zug wehreinflüsse. Und uns ist auf 60 der A-F-B vorbereiten. Vor Wagen. Sag ich jetzt mal. Tiefer. So und dann dürfen wir auch gleich 90 Dann gehen wir auch gleich schon auf 150 So machen wir den Hauptbahnhof bitte Vorher haben wir noch inzwischen halt den München Parsing Und somit sind wir jetzt auch in der LZB Wunderschön, das heißt Wir können hier mal den FB-Schalter nach vorne verlegen Und dann dürfen wir auch gleich schon über 200 fahren Wunderschön Wunderschön, das heißt Wunderschön, ich liebe es einfach im Sonnenaufgang zu fahren Wenn es langsam Tag wird Das ist irgendwie die schönste Zeit finde ich Und überhaupt liebe ich den ICE 3 sowieso Das ist mein absoluter Lieblings ICE Schon erst vom Sound her und vom Sitzen her finde ich einfach Vom Design her ist es einfach ein wunderschöner Zug Und wie gesagt, mein Favorit ist ganz klar der ICE 3 Ich weiß nicht wie ihr das so seht Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben Aber bei mir ist es der ICE 3 So, 2,30 3,30 darf ja So, scheint ist die Sonne nicht ganz so ins Gesicht So, ich bin gespannt ob wir noch schneller fahren dürfen 2,30 Und auch für das Szenario Wenn dann geht das natürlich jetzt nur auf der Strecke Von Ausflug nach München-Parsing Weil von Parsing nach München ist maximal 90 bis 120 erlaubt Auch für Fernverkehrszüge Von daher müsste das jetzt innerhalb der nächsten 42 Kilometer passieren Warten wir es einfach mal ab würde ich sagen Szenario Los Angeles So, auf jeden Fall haben wir unsere Zielgeschwindigkeit erreicht. Ich habe übrigens gestern im Video bei TSW 3 die 143, ne die 112 abgeschmiert bzw. geschrottet kann man fast sagen. Ich wollte sie gestern noch ganz brav ins Betriebswerk fahren, mitsamt ihren Dostos, bin allerdings an einer Steigung vor einem roten Signal, sagen wir mal, gestrandet und ja, ich habe sie tatsächlich geschrottet, muss ich wirklich sagen. Ich habe dann nachher am Ende das Szenario aufgegeben bzw. den Dienst und ja, sie ist dann selbstständig ins BW gefahren. Es fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe. Es ist wirklich sehenswert, schaut es euch gerne an. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber ja, überzeugt euch einfach selber. So, gleich noch 30 Kilometer, wir fahren schon in Parsing. Ich muss zugeben, diese Strecke bin ich auch noch nie gefahren. Ich war zwar schon in München als Kind, auch mit dem Zug angereist, aber Augsburg war ich tatsächlich noch nie. Also ich bin noch nie die Strecke von München nach Augsburg gefahren und das werde ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Und überhaupt möchte ich gerne nach München mal spotten. Das ist auch noch ein ganz großes Ziel von mir. Das wird sich hoffentlich auch noch erfüllen, aber als erstes geht es jetzt mal nächstes Jahr, so circa Mitte März, 18.03., wenn alles klappt, nach Leipzig. Ich freue mich da schon riesig drauf, werde da einige Leute treffen. Und dann werden wir da hoffentlich einen harmonischen Tag verbringen. Und das ein oder andere Rollmaterial einfangen, bildlich wie filmisch. Ich freue mich da tierisch drauf. Wie gesagt, 18.03., 23., Leipzig Hauptbahnhof. Wunderschön, ich freue mich da tierisch drauf, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt gibt es gleich eine Beschränkung auf 200. Ihr seht es dort im Display angezeigt. Ich bin gespannt, wann die greifen wird. Die LCP kündigt eigentlich immer relativ weit im Voraus die nächsten Geschwindigkeitsbeschränkungen an. Von daher wird das wahrscheinlich noch eine kleine Weile dauern, bis wir dann tatsächlich runtergebremst werden. Was war das denn gerade? Sah aus wie so ein Staubbrand oder so ein... Ob da irgendwas in den Staub gefallen ist. Ein Schotter. Ganz komisch. Oder ob es da irgendwie gequalmt hat. So, ich weiß nicht. Oder ob es einfach nur ein Bug war oder irgendwie eine optische Enttäuschung. Ich kann es euch nicht sagen. Ihr könnt das Video da ja an der Stelle mal anhalten. Und euch das mal genauer ansehen. Und euch das mal ansehen. So, auch noch verboten. Das versteht sich glaube ich von selbst. Dass man im Führerstand nicht rauchen darf. So wie im Gesamtzug natürlich nicht. Das versteht sich glaube ich von selber und ist auch jedem verständlich. Hoffe ich das zumindest. Oh, die Kützi-Bohlung. Wunderschön. Traumhaft. Wunderschön. So, da kommt die angekündigte Stelle von 200 kmh. Das heißt, wir werden jetzt genau an dieser Stelle runtergebremst, wie ihr seht. Und dann sind es dann gleich auch nur noch gute 10 km bis Pasink. Da war der größte Teil der Strecke schon hinter uns. So, 160 kmh kommt gleich hinterher. Viele Quietschis unterwegs hier. In diesem frühen Morgen. Bis 13.11.2022. Einem Sonntag mitten im Herbst. Ein sonniger Tag, wie ich finde. Das passt zur Abwechslung nahe. Weil heute ist es wirklich sehr sonnig, muss ich sagen. Auch relativ warm. Ein 13 Grad. Bei mir zumindest. Aber schaut euch das mal an. IC 146. Auch mal schön. Also für einen Novembertag relativ warm und relativ sonnig. War heute noch mit meiner Tochter spazieren. Hat mir richtig Spaß gemacht. War richtig schön in der Luft. War richtig schön zum Spazierengehen. Dann meiner Meinung nach ruhig noch so bleiben. Aber es wird sich in den nächsten Tagen zum Schlechten verändern. Jedenfalls sage ich, dass der Wetter bricht. Mal schauen, was da auf uns zukommt. Schauen wir mal, was wir im Weihnachten für ein Wetter haben. Ob wir da wirklich weiße Weihnachten haben. Oder ob wir da gemäßigte Temperaturen haben. Wir werden es erwarten. Wir werden es erleben. Oh. Wären wir auch noch gebremst. Wird die AFB nochmal zurücksetzen? Wahrscheinlich. Nichts Zwangsbremsung. Ich habe sie vergedrückt, mein Kollege. So. Jetzt genau. Wir mussten die AFB nochmal zurücksetzen. Sonst haben wir keine Leistung. Genau so war es. Gerade alles nochmal hinbekommen. Der wollte mir die elektronische Analysivverzwangse geben. Aber nicht mit mir. Die habe ich gerade noch rechtzeitig geduckt. Dann sind wir auch gleich schon in Parsing. So. So. Dann können wir eigentlich schon mal runter auf 130 gehen. Oh. Das war jetzt zu viel. So. Sifa. 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 Ich glaube wir können jetzt sowieso mal ein bisschen langsamer werden hier. Wenn wir nicht gleich da sind. Sifa. 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 Relativ pünktlich. Also können wir uns das mal ein bisschen erlauben hier ein bisschen stärker in die Bremse zu gehen. So. Sifa. Sifa. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen Bremse weg hier. Wie wir da uns so ein bisschen an den Bahnsteig heranrollen. Das sind ja, das ist das mal ein bisschen an der Parallel. so öffnen die türen ein bisschen die bremse weg also ganz so fest da drin stehen doch es gut was los hier wie ihr seht rush hour an einem sonntagmorgen sollte man nicht für möglich halten aber ist so so schauen wir mal was da auf der anzeige steht damit jetzt mal gespannt so münchen hauptbahnhof ice 699 das ist unser 7 22 haben wir ausfahrt folgezüge sind der re 57 009 nach münchen naja er kommt dann halt zwei minuten später hier ist der er er 57 014 um 7 48 nach ulm hauptbahnhof und folgezüge sind die regionalbahn 57 016 nach dingelscherben wunderschön so wir haben ausfahrt denn noch nicht ganz minute haben wir noch zu warten wunderschön was steht hier drauf nicht einsteigen warum denn nicht darf man hier nur aufsteigen oder was hat das zu bedeuten komisch komisch immer wieder nach vorne ach herrlich wie die sonne drauf scheint wunderschön ich liebe das einfach da oben ist die sonne traumhaft wunderschön einfach nur liebe den ice 3 ich liebe ihn einfach ist ein so schöner zug kann man gar nicht genug von bekommen dürfte die erste klasse sein oder ja die erste klasse sowie verriegeln die türen so oft geht's ach hier ist die station münchen hauptbahnhof oh der sound hört euch den sound einfach nur an einfach nur geil herrlich einfach nur traumhaft muss man einfach so sagen so das kritisierpflichtig ach ne doch nicht oder ne war jetzt nicht für uns gut so die letzten sechseinhalb kilometer bis münchen endstation kopfbahnhof wer weiß wo es da richtig hingeht der kann mir das sagen so dann haben wir gleich 60 am ende fahren wir dann mit 30 an den bahnsteig es kommt 60 40 und dann schließlich 30 so da vorne haben wir eine kritisierpflichtig und dann werden wir mal runter gehen auf 60 ich habe mehr einkliffe weil es bedarf einer gewissen vorlaufzeit bremsen dahin weil wir dann nachher zu schnell sind mache ich das lieber ein bisschen ein bisschen vorher auch wenn das vielleicht dem einen oder anderen zu früh sein sollte ist mir egal jetzt eh nur noch ein paar hundert meter bis wir da zur geschwindigkeitsbeschränkung dann haben wir nämlich schon eine 1000 hells beeinflussung sollte unter 85 bleiben ich denke das gehen wir hin so das berühmte brücke wer kann mir sagen wie sie heißt genau die hk brücke ist das die überhaupt schon oder bin ich noch zu früh jetzt durch die oder auch wirklich, da schön Nix, 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 nix. Nix, nix. Zwangsbremsung. So, dann haben wir gleich 30. Das heißt... Nein! Na Gott, nochmal. So. Stress, meine Güte. Zwangsbremsung. 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 So, dann haben wir jetzt gleich 30 und dann sind wir gleich da. Gleis 15 werden wir dann einfahren. Zwangsbremsung. 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 Sanft in den Bahnhof ein. Pünktlich Simfa auch. Passt doch alles. Siefa. Siefa. Türen. Dann hätten wir das auch erledigt. vielleicht bekommen wir ja gleich den ic noch der da steht als passagier schauen wir mal dass wir das erstmal abwarten bis ich sie dass das szenario abgeschlossen ist so steht jetzt bitte nicht einsteigen wenn ihr es da seht der anzeige das ist unser zug der hat hier wohl erst mal in station beziehungsweise fährt wahrscheinlich gleich weiter ins bw oder so oder in die abstellung so wie verriegeln die türen und dann schauen wir mal was passiert wir waren so ziel erfüllt das ist sehr schön gold sollte kein problem sein wir haben nichts grob genau das wollte ich sagen so dann werden wir mal schauen nachdem weil sie alles abgelaufen ist freien spiel zurückkehren wir stehen aus da versuchen wir mal den ic der da an der anderen am anderen bahnsteig steht zu bekommen dieser fährt hier erst wieder um 8 22 ab das ist ein bisschen lange ja schauen wir mal wo der hin fährt wird er vielleicht noch mitfahren können wann der überhaupt da fährt wann der überhaupt da fährt 8 9 40 ic 600 c dort und hopper noch noch ein bisschen arg lange oder nicht einsteigen naja ähm es wird wahrscheinlich heute nichts mehr mit dem mitfahren als passagier deshalb würde ich sagen äh was das mit diesem szenario mit diesem video wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da wenn nicht macht mir immer gar nichts bleibt gesund bleibt mir treu passt auf euch auf er hört mich dann in einem nächste woche in einem anderen video wieder bis dahin macht's gut tschau servus und tschüss euer denn der euer der denn die spieters ja der wie gesagt der fährt es um 10 vor 9 ab und darauf habe ich keine lust mehr zu warten deshalb würde ich sagen steigen wir hier wieder aus und ich beende das video hier an dieser stelle macht's gut habt noch einen schönen restsonntag macht's gut haut rein euer der denn die spieters tschau servus und tschüss macht's gut